Hi! Wir sehen, dass du ein bisschen gestresst bist. Es ist an der Zeit, das zu ändern und das kann niemand besser als die lustigen, niedlichen und talentierten Tiere aus unserer heutigen Zusammenstellung. Los geht's! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es beim ersten Mal vielleicht noch ein Fehler war, war es beim zweiten schon etwas Persönliches. Um ehrlich zu sein, waren wir genauso überrascht wie er. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yoda, was hast du getan? Wie? Wie ist das passiert, Yoda? Wie kann ich dich ausziehen? Wie? 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 Asi! Jetzt wissen wir, warum diese Rasse nicht zu Schäferhunden zählt. Der Besitzer dieses Hundes arbeitet anscheinend in der nahegelegenen Autowerkstatt, wenn man ein langsames, aber gepanzertes Auto hat. Nichts Besonderes, nur eine Überwachungskamera und ein Sicherheitssystem in einem. Bei der Geschicklichkeit dieses Hundes kann man nur Mitleid mit den Einbrechern haben, die auf die Idee kamen, sich in dieses Haus einzuschleichen. Das hättest du von Anfang an machen sollen, Kumpel! Oh! Oh! Boys! It's your new house! Come on, let's see. Do you like the... Oh! Er möchte nur eine ehrliche Antwort darauf haben, warum er so lange bei der Arbeit geblieben ist. Und dann! Sagittитель Und dann! WRock. Du bist dovop König. Das ist dein eigenes Kickstarter. 이나 Gäste. Le��. Scheiße! SVilosa. Ich liebe mich. Ich liebe nichtepada. Aber es hat mir Le Viking. Bis zum nächsten Mal. Mutter des Jahres dieser Zusammenstellung? Stell dir jetzt vor, wie es ist, so etwas mitten in der Nacht zu sehen, wenn das Licht aus ist. Jetzt wissen wir, wer bewiesen hat, dass Charakter wichtiger ist als Größe und die Anzahl der Gegner. So I'm just reading a book, and hello, what's up? Uh, there's little babies. There are little babies. Hey, boo-boo. Oh my god. Holy... The babies are so cute. Oh, sorry. Flash was on. Hey, what's poppin'? It's my homies. Oh, this is wild. This is wild. Woran man erkennt, dass es an der Zeit ist, in den Urlaub zu fahren, wenn man jeden Morgen ein ähnliches Spiegelbild sieht. Ich kahne so auf Wiedersehen. Die Mutter ist aufgestanden. Das ist sie immer in der Zeit. Die Mutter ist erinnert. Die Mutter ist aufgestanden. Das ist sie eigentlich schon sehr. Die Mutter ist aufgestanden. Das ist sie. Die Mutter ist aufgestanden. Ich weiß, wie lange ich Miller fahren. Das ist ein, wie lange ich mich verstecken. Ich will viel müde. Wenn es Hamsterräder nicht nur für Hamster gäbe. Hey, ya ain't gonna get far! Chill bud, Freddy! Freddy! Jesus Christ! Freddy, calm down! Hey! Bud! Bud! Calm down! Nach Ansicht der örtlichen Küstenwache gibt es an diesem Strand zu viele Zweibeiner. Wenn dir die Motivation fehlt, dich schneller zu bewegen. Wenn wir gerade von einer siebenstündigen Einkaufstour zurückgekommen sind. Er mag nicht der Aufmerksamste sein, er ist aber definitiv ein glücklicher Hund. Sieht so aus, als ob der Chef-Florist des Hauses den Strauß mit 10 von 10 Punkten bewertet. Ein Laternenmast. Robuste Baumstämme. Aber nein, er hat sich ausgerechnet für eine Plastikmülltonne entschieden. Das passiert, wenn man zusammen mit seinem Papagei einen Van Damme-Film schaut. Was hat dieser Jäger denn nur falsch gemacht? Wir alle sehen morgens ein bisschen wie diese Kuh aus. Ungefähr so sieht das Wochenende nach einer harten Arbeitswoche aus. Italienische Windhunde kennen sich nicht nur gut mit der Mode aus, sondern können auch noch im Zirkus auftreten. In diesem Fall ist es klar, welches Haus in diesem Viertel von den Müllwagenfahrern gemieden wird. Kurz zum Talent einiger Menschen, die unter allen Umständen schlafen können. Gib uns einen Like, wenn du auch zu ihnen gehörst. So sieht die aggressivste Katze hinter einem Glas aus. Und so die charmanteste. Ich frage mich, ob sie sich auch getraut hätte, so zu spielen, wenn es kein Glas gäbe. Manchmal ähneln Tiere zu sehr ihren Besitzern. Die klügste Ziege, die ich je gesehen habe. Dachte ich mir, bis ich das hier gesehen habe. Wenn das kein Anlass dazu ist, Landwirt zu werden und sich Pferde anzuschaffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Beeindruckendes Synchronschwimmen, das du niemals bei Olympischen Spielen sehen wirst. Ich weiß nicht, was ich machen! Alle bisherigen Rekorde der Bottle-Flip-Challenge werden offiziell annulliert. Hier ist unser neuer Champion. Ein niedlicheres Duo wirst du wohl nicht sehen. Wir haben den Krabben eine 5-$-bill, er ist cool, er ist schon mit uns, wir wollen sie tippen. Ja, ja, da geht's. Take it and enjoy, brother. Take it and enjoy. Peace out, brother. Was eine Eidechse macht, während du immer noch nach Ausreden suchst. Oh no, get it out of the country! No, come on! Come on. Come on. Der Schwan ist eine Verkörperung der Liebe, der Schönheit und des Anstands, sagten sie. Oh my god! 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 You f***ing mine! Ew! Ew, you burn! Ah! I don't know why she's young. Give her to her! Gavin! Ah! Did you have something to say? Did it work? Oh my god! 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 Beim nächsten Mal wird sie um die Erlaubnis bitten, ein gemeinsames Foto zu machen. Oh my god! 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 ziemlich gefährlich. Dieser Hund wurde eindeutig für den Polizeidienst geschaffen. Wenigstens hat er es beim zweiten Versuch geschafft. Naja, zumindest ist es kein Deathcore. Der einzige Nachteil ist wohl, dass man mit ihr nicht die neuesten Klatsch und Tratsch besprechen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In der indischen U-Bahn gibt es manchmal extrem aggressive Fahrgäste. Die Vorteile, sich ein Eichhörnchen als Haustier anzuschaffen Es macht dir nicht nur eine Kopfmassage, sondern wird dich auch nicht hungrig lassen Die Nachteile Sie hofft immer noch für den Sommer in Form zu kommen. Und wie sieht's bei dir aus? Der Arme hat anscheinend zu lange auf den Kellner gewartet und beschloss, den Burger ohne Tüte mitzunehmen Ungefähr so fühlt es sich an, am ersten Tag nach dem Urlaub zur Arbeit zu gehen Ä easel. Untertitelung. BR 2018 Bruder, nimm. Schau, alles gut. Rene! Rene! Tipp für die Zukunft, man braucht nachts nicht mehr zum Kühlschrank zu laufen, wenn man darin schläft. Schau, alles gut. Was ist das? Was ist das? Was ist... Oh mein Gott, ihr habt mich... Das ist nicht nur ein Video, sondern eine echte Dosis an Motivation. Leider kann man nicht immer gewinnen. Sie wird es aber auf jeden Fall noch einmal versuchen. Was ist das? Okay, wir machen eine Span-Finisch. Wir gehen zusammen mit unseren Elefanten. Oh, he's moving. He's on the move. Oh, he's moving. Wie soll man seinen Freunden erklären, warum man zu spät zu einem Treffen gekommen ist? We're gonna try this again. Don't, don't wrap the tongue. No! No it's not. Walk closer. I'll go pet it right now. Nach diesem Video werden Safari-Parks etwas weniger Besucher haben. Ihm hätte ich alle Nachputzarbeiten anvertraut. Ihm hätte ich alle Nachputzarbeiten anvertraut. So sieht eine kurze Nacherzählung der Handlung von Game of Thrones aus. Sieh小心. Ihm hätte dieed Bilk ein. Die verdad ist nie gut. Ohío, hier Vouleum. Ohío, hier geht's Maak. Ohío, hier geht's Maak. Der Lil es raus und würde gerne bitten, up pausuche. Wenn ihr singen Pak zweist, Fakt, verängstigte Katzen halten sich nicht an die Gesetze der Physik. Bis zum nächsten Mal.